Guten Abend miteinander. Gegen den grossen Durst empfiehlt Ihnen Gobe Iced Tea mit Zitronen und Vitamin C. Iced Tea gibt es im Beutel zum selber anrühren oder fix fertig im praktischen Pure Pack. Neu bei Gobe gibt es übrigens auch Ice Coffee. Ice Coffee ist ein herrliches Sofortgetränk, das man nur in die kalte Milch einrühren muss, kalt stellen oder mit Eiswürfeln servieren. Gute Durstlöscher sind aber auch die feinen Pfirsiche aus den sonnigen Gärten. Erst wenn die Früchte schön reif sind, werden sie abgelesen. Sorgfältig, damit sie so bleiben, wie sie die Natur wachsen lassen hat. Zart, saftig und gesund. Denn Pfirsiche haben wertvolle Aufbaustoffe und Vitamine. Und schon sind sie bei Gobe parat. Zarte, saftige Pfirsiche zu günstigsten Tagespreisen. Denn das ist das Prinzip. Heute geerntet und morgen in Ihrem Gobe-Laden. Und jetzt kommen noch Gobe-Aktionsangebote. Und ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Gobe. Inka-Rom im Nachfüllbeutel statt 10,50 gibt es nur 8,50. Alle Gobe-Sirup sind jetzt 50 Krabben günstiger. Aufschnitt in sechs verschiedenen Sorten per 100 Gramm nur 1,20. Ein Becher an 90 Gramm Goldstarr-Raum-Glassé. Vier Sorten statt 1,10 nur 80 Krabben. Streichschmelzkäse Gerber sechs Portionen statt 2,95 nur 2,40. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Aprikosen-Cake statt 4,20 nur 3,20. Ausländische Pfirsiche. Das Kilo nur 1,70. Auf Wiedersehen.